Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 24. Juli 1965, Samstag Aus dem geistlichen Tagebuch von Elisabeth Kindermann, die Liebeslamme des unbefleckten Herzens Mariens Die heiligste Jungfrau nahte sich mir heute mit sanften Worten so, dass sie sofort ihre gnadenvolle Kraft in mich einflößte und voll Freude sprach. 25. Meine Karmeliterin, durch das Gnadenwirken meiner Liebesflamme hast du erreicht, dass Gott sich zu dir herabgelassen hat und deine Seele sich für sein Erlösungswerk nun im brennenden Feuer der Liebe verzehrt. 26. Das ist eine Bevorzugung, darum lebe in tiefer Demut. Während des Schreibens fülle ich häufig starke Harmonien. Oft bin ich wie gelähmt. Dann nimmt meine Kraft ab und ich höre mit dem Schreiben auf. Tagelang, wochenlang nehme ich das Schreibzeug nicht in die Hand. Nur wenn er durch seine Gegenwart mir streng zum Ausdruck bringt, dass er es will, dass ich alles niederschreibe, finde ich wieder den nötigen Schwung. Nicht allzu lang ist es her, dass ich den Herrn Jesus fragte, ob wahrlich auf seinem Willen hin geschah, was ich niederschrieb. Er gab mir eine entscheidende Antwort. Weißt du, warum ich dich, die verschiedenen Begebenheiten deines Lebens, niederschreiben ließ? Das sind die Widerspiegelungen meiner Gnaden in dir, die du, ich weiß es gut, niemals mitteilen würdest. Auf diese Weise zwinge ich dich dazu, damit man das göttliche Werk erkennt, dass ich in dir seit deiner Kindheit wirke. Seine Worte beruhigte mich und nun schreibe ich wieder alles auf. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb uns allen.